Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RSFC Kaiserslautern. Dritte Liga 2019-2020, 80 Spieltag. SV Meppen gegen RSFC Kaiserslautern. Ergebnis 6 zu 1. SV Meppen startet 11. 2. Thomas Kaiserslautern. 3. Belmacht. 4. O.C. 5. Komenda Amin. 5. Eker. 6. Efestiv. 7. Künder. 8. Tranquilic. 8. Raman. 9. Unandiv. 1. FC Kaiserslautern startet 11. Lena Grill, Dominic Schatz, Kevin Kraus, Max Villa, Herr Scherch, Bachmann, Thiele, Tim Thiele, Starke, Kulvetter, Florian Pick und Rösler. Das war's von SV Meppen gegen RSFC Kaiserslautern. Uhrzeit 5.40 Uhr. 6.付